guten abend meine lieben freunde also jetzt mal zum thema löten kumpel von mir hat hier mehrere sachen der kriegt einfach nicht gebacken zu löten deshalb wollte ich euch das mal zeigen wie man das macht die grundvoraussetzung ist ein lötkolben nicht schlecht wäre so ein halter wo man sich auch kabel einspannen kann was noch voraussetzbarung ist nicht unbedingt je nach lösen was ihr habt das löt fett und natürlich lösen und kommen der am besten mit der temperatur eingestellt wo man am besten die temperatur einstellen kann ist jetzt auch kein teurer lötkolben aber für meine verhältnisse für meine zwecke reicht das ding so am anfang macht er jetzt erst mal hier schön wird drauf das kann nicht verkehrt sein hier richtig schön sondern der ging natürlich wieder hier drauf morgen gellert nein das fett kann man nicht für andere sachen nehmen das kann man nur zum löten nehmen prima lei aber an sich sieht er schon ganz gut aus mit dem hier drauf nehmen uns mal so ein stück lösen hier und dann versuchen wir doch mal das ganze zu löten ich hoffe es ist einigermaßen scharf wenn ein und Vielen Dank. Jetzt lassen wir den Kollegen noch ein bisschen abkühlen und dann werden wir das so richtig fest hier rein stopfen. Wenn man jetzt hier nicht so sauber arbeitet, geht das so ein bisschen schwerer hier rein, aber es geht. Also umso sauberer ihr hier natürlich arbeitet, umso besser geht das in die Hülse rein. Noch ein Tipp von mir, hat jetzt nichts mit dem Löten zu tun. Achtet bitte darauf, wo ihr Plus und Minus hin macht. Wenn ihr die Pole vertauscht, kann das echt doof enden. Und achtet auch darauf, dass Plus und Minus nicht zusammenkommen. Deswegen guckt, dass immer ein Ende isoliert ist. Ansonsten kann das mit einem Lypo- oder Lithium-Polymer-Akku auch doof enden. Ja, so mache ich meine Stecker hier dran. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. Und für meinen Regler gibt es natürlich den Gegenstecker. Das machen wir dann auch noch. Aber nicht im Video. Und würde sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unter das Video. Und würde sagen, haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.